Herzlich willkommen! Ich befinde mich im beliebten Nürnberger Stadtteil Lauf am Holz und zeige Ihnen eine Drei-Zimmer-Wohnung mit großem Balkon. Im fußläufig erreichbaren Ortskern befinden sich zahlreiche Geschäfte wie Bäcker, Metzger, Apotheke, Optiker, Obst- und Gemüsehändler. Die Wohnung liegt in einem ruhigen und verkehrsberuhigten Wohngebiet. Die gepflegten Wohnhäuser sind von großen Grünflächen umgeben. Die Wohnung liegt im Hochparterre eines Sechsfamilienhauses. Vom gefließten Flurbereich aus gelangt man in jedes Zimmer. Der Wohn- und die Schlafräume sind mit Laminatboden ausgestattet. Der ca. 10 Quadratmeter große Südbalkon hat einen direkten Zugang zum gemeinschaftlich genutzten Garten. Die moderne und mit sämtlichen Elektrogeräten ausgestattete Einbauküche kann bei Bedarf gegen Ablöse übernommen werden. Das helles Schlafzimmer liegt auf der Gartenseite. Das neuwertige Tageslichtbad ist mit Badewanne, Waschbecken und WC ausgestattet. Zur Wohnung gehört ein Kellerabteil. Im Keller gibt es eine Waschküche zum Anschluss der eigenen Waschmaschine oder dem Trockner. Ein Fahrradraum steht der Allgemeinheit zur Verfügung. Der Lorenzer Reichswald ist nur wenige Gehminuten entfernt und bietet Ihnen zahlreiche Freizeitmöglichkeiten in der Natur. Vielen Dank für Ihr Interesse!